So, jetzt ist nämlich Schluss mit der Bierklauerei die ganze Zeit. Ich schlag das jetzt alle in die Luft hier. Was ist das jetzt für ein Malama hier? Warte, hast du schon wieder eine Bombe gebastelt oder was? Das geht dich überhaupt nicht an, ob ich eine Bombe bastel. Hör mal, lass die Jacqueline in Ruhe jetzt. Ich lass die Jacqueline nicht in Ruhe. Ich wollte die nicht in Ruhe lassen, die Jacqueline. Das ist mein Bier und mein Kühlschrank, ja? Ja, das ist typisch. Wir Psychologen sprechen von einem sogenannten Streit. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, was habe ich davon? Da hat er gesehen, was er davon hatte. Ja, dann hatte ich ja gesehen, weil Jacqueline nimmt die Katze aus dem Goldfischglas. Boah. Na, jedenfalls hatte ich dann gesehen, was ich davon hatte. Au. So. Ich habe dir gesagt. Ich hatte ihm das gesagt. So, der Papa entschärft jetzt mal die Bombe hier. Ich dachte ja, er schneidet ja mich los. Und ja, aber so sind sie ja, die Männer. Jetzt hatte ich ja einmal Ruhe, da schneide ich sie doch nicht los. Ja, das hat man schön mit dir, Jacqueline, dass die endlich mal ruhig war, ne? Das war ja das rote Kabel. Aber mich fragt ja keiner, ne? Schweiß, das hat blaue Kabel. Wir Psychologen reden hier von einem dysfunktionalen Erkenntnis-Performance-Problem. Kurz Depp. Das war ja. Untertitelung des ZDF, 2020